Bestens beraten mit Länze. Die Eco-Design-Richtlinie für ein grünes Europa. Die Eco-Design-Richtlinie wurde bereits 2009 von der Europäischen Union erlassen. Damit wurde ein gesetzlicher Rahmen zur Erreichung der Klimaziele hinsichtlich energieverbrauchsrelevanter Produkte geschaffen. Hersteller von solchen sind demnach dazu verpflichtet, die Energieeffizienz ihrer Produkte zu erhöhen. Diese Richtlinie betrifft auch den Maschinenbau und somit unter Umständen auch Sie, sofern Sie Elektromotoren in Ihren Maschinen verbauen. Denn ab dem 1. Juli 2021 werden die Anforderungen zur Senkung des Energieverbrauchs in der Industrie noch einmal verschärft. Ob für Sie Handlungsbedarf besteht und wenn ja, was dies konkret für Sie bedeutet, erfahren Sie in diesem kurzen Film. Vertreiben Sie ab dem 1. Juli 2021 europaweit Maschinen mit Elektromotoren? Falls ja, müssen Sie diese neuen Vorgaben erfüllen. Sollten Sie außerhalb der EU exportieren, finden Sie die länderspezifischen Regelungen auf unserer Website. Ausnahmen bestätigen jedoch die Regel und davon gibt es einige, so zum Beispiel im Ersatzteilbereich. Dabei dürfen Elektromotoren, die bis 2022 ausgeliefert wurden, noch bis 2029 eins zu eins ersetzt werden. Weitere Ausnahmen, die vielleicht wichtig für Sie sein könnten, finden Sie in der Lancet Checkliste. Wenn Sie aufgrund der Eco-Design-Richtlinie aktiv werden müssen, empfehlen wir Ihnen, schon jetzt tätig zu werden, um die Umstellung auf die neuen Motoren so effizient wie möglich zu gestalten. Prüfen Sie dazu, welche Motoren in Ihren Maschinen verbaut sind und ob diese ausgetauscht werden müssen. Bei Neuprojekten sollten Sie abwägen, ob Sie Ihre Maschinen bereits jetzt schon auf die höheren Anforderungen ausrichten. Beachten Sie auch, dass Elektromotoren mit einem höheren Wirkungsgrad leicht veränderte mechanische und elektrische Daten haben. Auch hierbei hilft Ihnen die Lancet Checkliste weiter. Werden Sie jetzt aktiv, um auch weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir bieten Ihnen gerne unser Know-how sowie zukunftssichere Lösungen während des Umstellungsprozesses an. Mit unserer Hilfe können Sie darüber hinaus Ihre Maschine optimieren und Ihren Entwicklungsaufwand reduzieren. Gemeinsam bringen wir Ihr Unternehmen nach vorne. Partnerschaftlich, effizient, zukunftsweisend. Weitere Informationen zu der Eco-Design-Richtlinie finden Sie auf unserer Website oder kontaktieren Sie uns gerne persönlich. Bestens beraten mit Lenze.